und damit herzlich willkommen zum zweiten video des let's plays minecraft let's play together wie wir es auch gerne nennen hallo rossi du bist ja auch mal wieder am start ich glaube man hört rossi heute ja man hört ihn auch perfekt denke ich heute im video ich glaube genau ich war im video nie dabei so bei ihm weil er es nie hingeschissen bekommen hat naja ich werde jetzt heute die zweite folge hier aufnehmen vor ich bin mal gespannt genau wir wollen ja zurück und ich werde jetzt einfach dem rossi folgen und dann werden wir schauen was er macht weil ich bin ja so nicht so der minecraft ja das war mir gerade auch klar wir wollen jetzt erst mal eine stelle suchen wo wir uns aufhalten können und uns weiter ausbauen können das ist jetzt erst mal das ziel ja macht das mal lieber was ist jetzt mit den sachen hast du hast es so eingestellt dass man jetzt die sachen behält wenn man stirbt auf fag alter fag egal akzeptieren wir es machen du willst ein höhen abenteuer ich würde mal sagen ja das ist glaube ich wirklich so wir können das leider noch nicht so machen das sieht ja richtig hässlich aus nein spaß einstein hätte doch gereicht mensch ja tolle wurs ja eins wollte ich doch eben ankündigen rossi so ein kleiner schisser wenn es um fifa geht denn ich frage immer ob er bock hat gegen mich zu spielen aber nee er will nicht deswegen kommen auch keine folge von fifa 15 so viel weil er nicht so gerne gegen mich spielen will ihr wisst ja alle dass ich jeder erst ich der mann bin der immer gegen rossi gewinnt ich möchte damit ich sagen dass ich der beste bin aber ich hau rossi halt immer in den arsch so zu sagen und ja finde ich ein bisschen schade rossi bitte gibt dein statement ab egal wir sind jetzt auch bei minecraft jetzt ist das eigentlich scheiße ja ja weil weil das musste einfach mal raus so hier ist ein schwin ich will nicht stirb wo ist es ja gut wir müssen ich habe ich habe das fleisch jetzt müssen wir aber auch mal weiter jetzt weil gleich wird es dunkel es wird gleich dunkel genau willst echt auf dem insel ist nicht weiter im wald also leute ich glaube ich bin dafür dass wir weiter im wald gehen ich finde es so auf dem öffentlichen platz ist das ein bisschen scheiße Komm mal mit rossi bitte wir werden jetzt immer ein bisschen schauen du dummes schaff was haben wir hier wir können uns erstmal Betten rausbauen hier haben wir auch voll nix hier kann man auch ganz schlecht was bauen ey was mit dschungel zu tun hat ey toll wir bauen uns erstmal hier einfach ein schönes wohnsitz da hinten sieht man ja schon wieder die häuser ja von hier ne so wo ich war ja wo bist du jetzt überhaupt ach da 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 ja wollen wir uns hier auf der seite da hinten ist so schön flach um da schon mal anfangen wir zu bauen ja komm ja wir können natürlich hier drinnen lass es doch hier drinnen machen dass wir das dann hier irgendwie bis hier hinten kombinieren warum nicht was meinst du wir haben jetzt hier hier unten nicht oben vor allem dann kannst du irgendwie wasser noch dazu weißt du das können wir doch später als ne weißt du was das fangen wir jetzt an leute das fangen wir jetzt an das fangen wir jetzt an erstmal kommt hier wasser rein weil ich möchte hier einen fluss sehen oder einen kleinen see ja und ich geh schon mal rüber anfangen wir mal das ja macht ja fangen du bitte an ich muss die scheiße machen ja die scheißarbeit ja ich bin die so der mann dafür weißt du du bist allgemein kein mann kann man sagen ja das hört man ja aus der stimme raus ne aus wie ich glaube thomas hätte mir recht gegeben alles naja thomas ist ein süßer boy nein ja 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 klar ich weiß nicht lass das mal ein anderem video machen oder ja klar habe ich den gestellt ich bin nicht behindert das sieht so ungleichmäßig aus merke ich grad mit deinem flüssele ja das sieht für scheiße aus hm aber wenigstens habe ich jetzt ein bisschen erde gesammelt dann kann ich jetzt glaube ich auch ein bisschen anfangen zu bauen oder fällt er da ab das ist jetzt mit erde wirklich im haus ja ich möchte mit erden haus bauen warum willst du unbedingt mit erde ein haus das war spaß alter als ob ich mit erde jetzt ein haus ausbauen möchte ich warte auf dich ich guck grad was du ne ne das darfst aber nicht ich mach was anderes das ist ein bisschen produktiv das mache ich das mache ich ja ich mache jetzt zu grob ja klar wie soll ich denn ja das geht ja gar nicht was nix nein nein oh man achso das war ganz ernst zack 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 ist das das Richtige was ich da gemacht habe ja marcy es ist sogar das Richtige was ich da gemacht habe ja und wen juckt das wen juckt das ich hätte beinahe ich hätte beinahe was falsch gemacht aber gott so dank ist es nicht so passiert so so da haben wir unsere kleine brücke zunächst einmal ähm was warst du behindert jetzt reicht es mir aber hier zwei drei vier so jungs und mädels das sieht doch schon mal ansehnlicher aus und dann machen wir hier ein bisschen mehr wasser hin ne da geht es schon mal schön los im ersten video von marcy so wieso geht das wasser jetzt nicht weiter oder liegt das da jetzt fängt es auch noch an zu regnen wie in real life das kann nicht sein bei mir nicht hä du bist auf der grenze ja du bist wirklich auf der grenze hä hier ist genau das Eck hier ist genau das Eck wie komisch ok fast ne scheiße ich würde sagen ich mach das video heute mal ein bisschen länger wir haben jetzt gerade die zehn minuten schon überschritten da machst du auch noch gleich länger ja herauf ich mach das was ich will ja ja doch ne doch junge beim juxtgenie haben wir auch verkackt Leute also naja ne thomas war unser held der vom premium gamer guck da mal nach premium gamer einfach eingeben in youtube und dann habt ihr die jungs mario ist dabei und der liebe thomas zwei brüder die sich lieben so wie sie sind ich weiß auch nicht was ich gerade sag sorry das kann man hä warum ey das kann nicht sein du laberst auch nur scheiße hier du ne ich sehe das nicht mehr ein hier ja muss aber ne 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 du hast aber nichts die schule hoffe ich mal gut ja und dich sagst du jetzt ja guck also dass er noch bei gamecraft ist das frage ich mich auch warum ach so ja mit sagen geht das ja nicht scheiße was nix nix ja dann müssen wir die brücke wieder erbauen aber den findest du korrekt oder was naja wir wollen ja nicht darüber reden weil das ist ja auch was völlig normales von naja hä hättest du nicht gedacht oder was was ist das normales ist oder klar ist das normal deswegen sag ich das jetzt ja gerade ich möchte jetzt kein shitstopp hier auslösen naja ja genau genau gut hier haben wir erstmal eine sichere stelle sag ich mal weil hier zum wasser geht ja nicht jeder hin und da regnet doch viel weniger naja gut das schon ne ach so hinter dir wo denn ich seh nix oh fuck it das meine ich ja aber ne eben das ist deswegen habe ich das gemacht was wenn ich genug glas habe könnten wir uns hier unten so ein kleines ja genau ja das wäre geil alter das musst du das musst du bringen aber das machen wir dann auch in der nächsten folge erst ja dann habt ihr schon mal was spannendes ja die hören dich ja also von daher also wir werden ja auch mit ja wir machen auch ohne aufnahmen mal weiter aber ich glaube das nächste video weil das so spannend ist mit dem bungalow und deswegen machen wir das vielleicht das macht dann der lieber rossi und dann gucken wir mal wenn wir weiter machen das ist natürlich alles möglich ja ja also ich wäre dafür dass wir die ganze zeit minecraft hier zocken aber ich glaube daraus sieht ja was dagegen zwischen dem kümmern und sammeln betteln mit premium gamer abgaben genau premium gamer immer zu gast dürfen sie dabei sein weil das sind echt liebe leute die wir schätzen warum steht denn ich das kann ja nicht wahr sein ja so jetzt ist weg nein rossi man du bist doch ein lappen mal was mal naja gut ich würde jetzt sagen das ist das video ich kann jetzt leider nicht länger weiter reden weil sonst wird das hier eng so also ich würde sagen ich beende das video hier schwimmen noch paar creeper rum und ein zombie die jetzt zu mir wollen aber das juckt mich gerade nicht dann gehe ich zurück und ich würde jetzt sagen ich beende das video und dann sehen wir uns bald wieder mit dem rossi so tschü tschau Vielen Dank.